Also es war eine riesen Party in der Pause natürlich, weil sie war auch im Kino natürlich, macht mehr so, wenn man Pause hat. Und dann natürlich Checkers Movie bei der Premiere und es war eine riesen Fete mit allen Checkers Crewmitgliedern. Und wir haben eine Anruferin da und zwar die Annika, hallo? Hallo! Hallo, Annika, du hast eine Frage? Ja, ich habe eine Frage und zwar die Tattoos, die er hat, die hat er ja in Helsinki machen lassen, stimmt. Ist das seine eigene Kreation gewesen oder war das eher der Tattoosierer, der es gemacht hat? So, answer now. So, so sehr zu süß. Ja, und war es deine Kreation oder hast du es designiert? Ich habe es mit einem Freund. Unfortunately, dass er jetzt in Amsterdam hat, also ich habe keine Zeit, um neue Tattoos zu bekommen. Du hast neue Tattoos? Nein, nicht, nicht, ich muss erst nach Amsterdam gehen, um etwas zu bekommen. Aber du hast es in Helsinki gemacht, oder? Ja, 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 alle meine Tattoos. Also er hat alle Tattoos in Helsinki gemacht und jetzt geht er dann nach Amsterdam und kriegt neue Tattoos, Annika. Alles klar. Du findest ihn schon toll, ne? Ist ziemlich, ja, ich war auch letzte Tour auf vier Konzerten und warte jetzt auch darauf, dass die wieder auf Tour gehen, weil ich in Hamburg nicht dabei sein konnte. Wann kommen die eigentlich denn auf Tour? Noch, you're going on tour, but not in Germany actually. Wir reden gleich darüber, Annika, einfach dranbleiben. Ich kriege gerade ganz wilde Zeichen gemacht und, which is your video clip, your wish clip? Oh, the cardigan is the new one, that's excellent, for what it's worth. Genau, dann spielen wir das. Annika, erzähle ich dir später noch, okay? Okay, bis gleich. Tschüss, danke. Wir werden uns heute Nachmittag besuchen, beziehungsweise die Cardigans besuchen, ein Fan, das zeigen wir euch nächste Woche. Another question from a viewer, what do you do to relax? What do you do if you want to relax? Just sit down, hang around, watching deeper DVD or... Open up the pay TV. The pay TV? Yeah, the hotels. And the hotel, you love the hotels? Well, I don't love the hotels, but I love the pay TV. The pay TV? And do you pay it or the label, the record label? It depends what I'm watching. What do you're watching all the time? Well, you know, it depends what they show. You know, some comedies and so on. Pay TV? Yeah, some adult comedies. Okay, also, wenn er sich entspannen will, dann schaut er pay TV und da gibt's dann natürlich nur so Kinderzeichentrickserien und halt manchmal erwachsene Szenen mit dabei. Sehr schön, die Hotelfahrerei, da gibt's hier jede Menge Geschichten. So, um, let's do a manhood thing. Oh, yeah, sure. Wait a minute, I have to explain you that. Okay, ich hab heute gelesen im Netz und zwar, dass zwei Männer in Neuseeland, die haben zwei, ähm, Telefonkompanien, zwei Telefonfirmen und die haben sich gestritten. Und die wollten das Ganze nicht per Anwalt regeln, weil das viel zu teuer ist, sondern wollten das Ganze in einer Männersache regeln und so haben die Arm gedrückt. Und wir dachten uns, hm, der starke junge Mann hier, mal schauen, wer stärker ist. In Amerika müssen sie ja noch ein bisschen fighten mit ihren Namen, da heißt's Hör, him heißt dort Hör, weil es ein bisschen Levy gegeben hat. Und jetzt schauen wir mal, hingegen Hör, wer gewinnt. So, let's try it, man. Let's try it. You're afraid, I see it in your eyes. I see the achse, bei den Augen blitzen. Oh, my God. Okay, um, if I'm the winner, I get, um, your house, your car and your wife. Oh. What do you want from me? I don't have a wife. So, um, I don't have a car, I don't have a driver's license, I don't have a house. Okay, I get the house and the car. There's a rented apartment, if you want to pay for the rent, yeah, sure. Okay, okay, ich, ich, ich krieg so Mietes. Um, but, um, I get, um, we are talking later about that. Oh, okay. Okay. Excellent. What do I get? Yeah, uh, what do you want? Oh. My house, my car, my wife? No, what, the pay TV. The pay TV. Okay, you get one hour pay TV in the hotel. We pay one hour pay TV, okay? Also, wenn er gewinnt, kriegt er eine Stunde lang pay TV im Hotel gezahlt. Okay. Oh. Like that. So, when are you going to start? Start? Already. Start, honey. What? Schau, ein rosen Elefant. There is an Elefant. Really? There is not. Kann jemand kurz einen Elefanten memen? You're so strong. Oh my God. She's winning. She's winning. She's not winning. I'm the winner. I'm the owner of a new house, a new car, a new hype. Excellent. Do you pay pay TV for me? Yeah, definitely. Okay, ich kriege auch eine Stunde pay TV und jetzt sagen wir Tschüss und ich sage gerade, dass der auch gehen muss. Willa Wallow, it was a pleasure to me. And see you this night for watching pay TV in the hotel. Yeah, excellent. And to the next time. Kate Ryan jetzt erstmal. Tschüss.